So dunkel In Allah Viel besser Alte Teleporter Fast wie die in Suramar Sie scheinen inaktiv zu sein Lasst uns unten nachschauen Passt gut auf Seltsam Der Boden ist eine Art Kater Und wir der Mittelpunkt Aber auf jeden Fall Wird Leilinienenergie Von irgendwoher In diese Kammer geführt Wozu wird diese Energie benötigt? Für eine Waffe? Und wie lange mussten Ihre Hüter sie bewahren? Die Fragen werden immer mehr Auf jeden Fall wissen wir Dass die Verdorrten diesen Ort gemieden haben Und niemand aus dem Palast wird hier nach uns suchen Die perfekte Zuflucht Und eine Art Zuhause Bis zur Rückkehr nach Suramar Zuerst brauche ich Verbündete Da Ja Da 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 Da